ja das regeln nicht abbau und ausnahmen ich empfehlens die teams nur ausgeliehen wenn sie die mann Blöcke Eisen und Fleisch nicht wegwerfen beziehungsweise Leere sagen Sie so viel Eisen wie Sie Eisen findet sich bei ChessStunt posted in Minecraft.de Wie viel Eisen hier habt? Wer die richtige Eisen hat? Ach ja, Deutsch gehört. Ich finde Sie viel Spaß. Jetzt Gruß, Jan. PSS es glaubt, Sie finden ChessStunt 64 Stück Kurs und schmeißen Sie die Item jetzt wegwerfen. Äh, habt kein Item. Ja, also das Deutsch von diesem lieben Freund ist nicht das Beste. Aber naja, wir sind ja alle ganz friedlich und Spiel auf Easy, wenn er erlaubt. Habt es eins, kackt um seinen Block auszahlen, wenn es sein muss. Dann ja, erstmal easy. Spussi ist natürlich jetzt mal Pissi. Ja, aber nicht der Mensch, sofort. Was der Gute hier nicht bedacht hat, sind einige Sachen. Und zwar, ähm, dass wenn ich sterbe und mein ganz reich nicht mehr habe, da steht in ihm noch sonst was als Liter aber zum Problem sein. Ich hätte vielleicht nicht ganz vor dem Leben sein. Ich weiß schon. Ich will so rein Eisen. Peaceful einstellen, okay. Lava nicht berühren, wer empfehlen soll euch das Lava da runter. Immer links halten. Immer links halten. Links halten. Links halten. Hey. So wie ist es da Lava. Lötest du, wenn man hier so einen Lags hat. Glückwunsch, war jetzt auch nicht arg schwer. Äh. Item in Lava werfen. Nein. Bonus findet chest für Eisen. Ist das jetzt in ernst, oder? Ne. Wir sammeln ja nicht die Eisen. Aber, ja. Ausgekommen. Rennen ist erlaubt, sagst du. Weil das ist ja schön. Ach, Rennen ist benötigt, meinst du. Easy einstellen. Options. Easy. Ach. Ja. Item wegwerfen. Ich schätze mal, dass ich, wenn ich wieder Peace vorstellen werde, wegen Essen und so. Hier. Erstens. Ah, sonst lieb ich es. Stimmt, bestimmt. Schlimm gefahrt. Ah, nicht so. Nicht so, ja. War nicht sei das. Ja, das ist ja. Ach. Ja. Ach. ich würde es nur so gesagt haben ok komm probieren wir das und zwölf ähm, war jetzt noch überhaupt nicht kurz ne, überhaupt nicht, also äh, Leute, was mir jetzt so auffällt, jetzt noch einfach von hinten, von hinten, ja, das war's dann von mir aus, und tschüss.